Servus Leute, hier ist wieder euer Dodo Zocker nach einer langen Pause mit Let's Plays Skyrim Mods, was ich jetzt den Namen also der Let's Plays dazu hingefügt habe weil ich habe mir gedacht, ne ok warum eigentlich nicht, habe ich halt 3 Let's Plays statt nur Skyrim Mods, klingt besser also ich habe wieder einmal zwei neue Mods und ja ich habe deswegen jetzt so lange nicht Skyrim Mods gezeigt, weil es gab irgendwie nicht schade Mods, ähm, natürlich dass ich jetzt das neunte Episode und natürlich erfolgt dann auch Episode 10 Spezschleidischen Video ähm fangen wir gleich einmal mit dem ersten Mod an, der ist da gleich hier in was love bei dieser Schmiede so so arm und und das mit Köln Chess, also das sind alles was man braucht, Gold, Detra, D Diamant Drachenknochen und Drachen Drachen Bahn, also halt alles schon Prozent 65.000 Mark halt was man alles braucht zum Kraftmarkt verschiedenst wir sind praktisch, weil so muss man jetzt dann nicht mehr hin und her schlecht ich habe hier eine Master Chief Rüstung ab das hat dann schon mal mit dem Spezialer die schon wieder vorzutun können denn wir wollen ja die Kulissen schauen arm zum Beispiel jetzt keine Ahnung Ok, das will ich jetzt zum Beispiel Kraft mehr ja gut, ok, 15 Dinger ja ok, 15 Eisenbahn, gut, ok ich habe es mir hier einfach daraus von der Truhe und habe ich schon ist eigentlich sehr praktisch, ersparen man eigentlich das eintippen hier von dieser Konsole da hat es kurz gehängt jetzt ähm, ja finde ich eigentlich praktisch eigentlich ein guter Mod und kommen wir eigentlich schon zum zweiten ähm, der zweite Mod ist in der Nähe vom Falkenring also der ist da gleich da gegenüber das wird automatisch in der Karte eingezeichnet müsste mal Falkenring gehen oder reisen halt nur, wenn viele Leute Maykraft spielen oder meine Maykraft wie sie es anschauen und ich bin selber Maykraft und oder überhaupt spielen nicht Maykraft und lieben ja oder Baumhäuser hat oder irgendwo vielleicht mal wenn man ein eigenes Haus hat, ein Baumhaus gebaut oder so, dann ist es gut eigentlich, was ich bezüglich mag auch eigentlich Baumhäuser und hab selbst eins gebaut in Maykraft ähm, und eigentlich dieser ähm, dieser Mod ist eigentlich geil, wenn das ist eigentlich ein Baumhaus-Mod äh, sieht man hier schon äh, scheiß ein Drache na gut, das heißt um bin ich auf Gott-Modus jetzt und somit ist es eigentlich wurscht gebunden an die sich finden also eigentlich müsste da gar nicht viel machen um da raufzukommen weil da erwarten wir euch nur drei Partiten und die sind eigentlich schnell ja nehmen wir mal schnell eine andere Waffe weil ich will euch jetzt nicht den, äh die Lust verderben an die nächste Episode weil ich hab die schon mal vorinstalliert die Mod also an und für sich kommen da drei ähm drei Banditen Volkwitch Treehouse entdeckt eigentlich müssen da jetzt drei Banditen sein also letztens wie ich das also jedenfalls hier ist eine Zugbrücke da könnt ihr halt das eigentlich aktivieren und deaktivieren also ich habe jetzt eigentlich nur Ahnung, wo die sind die Banditen aber ist eigentlich besser so und hier hat sie ein paar Päts ähm, Lager quasi gehabt gestellt dann habt ihr, äh, Workbench, also Werkbank dann schleifstein was noch ähm was ist das Verzeichnis der Rüstungsverzauberung Verzauberung verbessert auf 36 na ja, okay, das ist halt jetzt mal ähm äh verzeichnis des Rüstungsverzauberung Heizkette der einzigartigen Gesundheit also eine Kette der mächtiger Seelenstein in welcher Seelenstein kleiner seelstein minziger seelstein danach kann auf der zauberer was ist hier noch blutende krone zum pilzer pilz schotten also also pilz arten quasi hier so ein kleiner aussichtsturm über ganz faltenring ist eigentlich leihwand kann man so mal da kommt ganz gut zu ok jetzt geht er noch in letzter zeit oft den skyrim kann aber drauf liegen dass ich zu viele texte also nicht zu textur und packen oder zu viele grafische mods drauf haben schreibt in den kommentaren wenn ihr wollt dass ich euch einmal so ein also so ein let's play skyrim mods grafik grafikverbesserung macht es kann ja hier sieht man eigentlich nicht viel aber ich habe eher mehr für schnee und solche sachen und meine mut gehen doch recht über 20 morts also war schon manchmal vorkommen dass es packt um ja eine schöne aussicht über faltenring da da geht es hier noch auf also das kann also das habe ich noch kurz vergessen hier gibt es leider kann man rauf klettern zur krone vom baum und hier hat man eigentlich nicht ganz schöne aussicht über eigentlich ein teil von himmel dran wie man sogar den berg da oben was jetzt gerade nicht wieder als wort man wie er ist ja ja na 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 hoch hotka oder hotka oder hotka hotka also halt ja die sieht man hier halt oben oder irgendeine von dieser bergung diese zeit keine ahnung halt verfahren link na flage dann hier ein faltennest könnt ihr den folgenden ob schmutzten zb den da ja also ich probiere das jetzt mal ganz gut habe ich hier nur einen bogen also vom arm bristen durch so schauen wir jetzt aus der letzten schwarz glaube ich habe irgendein update gemacht und kann und irgendein kann angehen was habe ich gemacht hat das ist so ist naja wird eigentlich hier nur den langbogen aber es wurscht schau mal die meint das nur die vogeltreffen ich bin drauf und so nah aber ich warte mal bis der da weg wird da ist ein Ei erliebt oder ausbrüht da man braucht wirklich glück dass man solche falten trifft und dann muss man gut zählen warte aber man kann die eigentlich wirklich erwischen also kein problem da ist und wohl knapp erwischt das war also wir sind eigentlich ganz viele falten der unterricht Oh Gott, ich hätte eh genug Pfeile, oder so ist die an der Furcht. Oh Gott. Ach komm schon. Da wir nicht warten, dass ich keinen triff. Der Malte, ich weiß nicht. Was? Okay, das ist ein bisschen komisch, aber okay. Na gut. Versteh ich jetzt irgendwie nichts. Aber, okay. Versteh ich nicht. Versteh ich jetzt echt nicht, warum das so ist. Aber... Na gut, okay. Mach mal halt weiter. Da, das ist halt zumindest aus. Wenn wir jetzt mal Giovanni Mo machen. Giovanni Mo, ah, hier an der Ruine. Giovanni Mo. War sogar gut gelandet. Was ist das? Der Ruine. Oh, den natürlich treffe ich auch nicht. Na egal, heute habe ich keinen guten Dank. Hä? Das habe ich noch gar nicht gesehen, das habe ich vollkommen vergessen. So ein geheimer Zugang oder Ausgang, der dann nicht mehr aufhört oder irgendwie. Aha. Gut zu wissen. Schlecht zu wissen, dass es dann nicht mehr aufhört. Na gut, egal. Also, als wenn ihr diesen Camping, äh, Dings habt. Äh, Camping Mods. Ah, ja, dann könnte ich euch auch einmal zeigen. Ähm. Da könnte ich halt dann diese Feuermut sammeln. Gut, also jetzt ist eigentlich ein kleines Haus. Ähm, mit Schreien auf hier, 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 wahrscheinlich auf Zelda und irgendwie so. Was jetzt nicht? Keine Ahnung. Halter, ähm, Jasper, äh, Lavendel, verschiedene Sachen. Also, Alchemie, Zeugs, Kremskraft, und Fässer, verschiedene, drei Stück. Hab's ihr, zwei, 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 drei. Also, betätigen, also eigentlich, dann hier zwei Betten, ähm, ein Waffenständer, äh, äh, herrenlose Truhe, wieder ein Bett, also zwei Betten, das Goldband, der Auszeichen. Schießkonzept, äh, Schießkonzept, äh, 4,7, und, äh, 47, so. Äh, und natürlich noch eine Puppe abzielt dazu. Sie funktioniert. Manche Zimmungsanlänge. Zum Beispiel das da. Wala. Gut, äh, ey, Puppe. Ich will so. Okay, am Kleiderschrank, äh, Schmiedeschützer. Und was gibt's hier noch? Schrank, äh, alle MIG. Ist halt auch der Bügeleisen. Bügeleisen, der schaut nie im Leben aus, ja. Okay. So, als wäre eine Schlaghammer, und eben so. Ach, okay. Ähm, dann, äh, Lederstrahl von zehn Stück. Und das ist halt auch von... Gut, okay, und jetzt, und jetzt sind wir eigentlich schon fertig mit Mord. Jetzt zum Abschluss gehen wir da ganz rauf. Und springen. Achtung, äh, wartet ohne. Hm, ja. Ohne, äh, TGM. Okay. Ich bin jetzt einfach in den Tod. Abschluss, ne. Okay. Ich bin ein Geist. Geronimo.... Oh. Oh. Ja, okay, wer jetzt eigentlich tot würde jetzt da liegen. Ja, okay, das ist nicht loszulanglich. okay bis zum nächsten mal wenn dann heißt speziell die schmutz ich sage gleich jetzt handelt sich über halo also alle fans computer oder ein die rausholen von der roten tasche oder tablets egal oder pluray players ja rausholen einschalten videos anschauen ausgaben und wenn ihr euch interessiert für halo oder auch für skyrim oder nur für skyrim okay also bis zum nächsten mal für special edition video aber vergesst nicht mit mich zu abonnieren und schreibt kommentare halt ob er diese grafikmod schauen wollt weil die ich dann auch installiert habe für das eis und was gut und was geht was und für den schnickschnack noch und ja bis zum nächsten folge für episode 10 und auf wiedersehen tschüss